Haben Sie die Transparenz, in welche Art von Anlagen Ihr Versicherer investiert? Oftmals fließen Versicherungsbeiträge ohne das Wissen der Versicherten direkt oder auf Umwegen in Kapitalanlagen der Versicherer, in die die Kunden selber aus ethischen Gründen nie investieren würden. Hierzu zählen unter anderem Investments, die im Zusammenhang stehen mit Rüstungsgeschäften, Massentierhaltung, Umweltverschmutzung oder Tierversuchen. Bisher gab es für Kunden keine Möglichkeit, sich im Sachversicherungsmarkt umfassend nachhaltig zu versichern und genau dafür haben wir Grün Versichert gegründet. Mein Name ist Fabrice Gerdes, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Grün Versichert, der Marke für nachhaltige Versicherungslösungen. Ich bin nunmehr seit 15 Jahren in unterschiedlichen Funktionen in der Versicherungswirtschaft tätig und habe in den letzten Jahren als Berater in einer auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung gearbeitet. Das Thema Nachhaltigkeit liegt mir seit Jahren am Herzen und ich musste immer wieder feststellen, dass dieses Thema die Versicherungswirtschaft bei weitem nicht so durchdrungen hat wie andere Branchen. Trotz unseres aktuell noch relativ geringen Bekanntheitsgrades unter den Kunden und Maklern wurden im ersten Jahr mit einem geringen Marketingbudget über alle Kanäle hinweg bereits mehr als 8% Grün Versichert Tarife abgeschlossen. Hallo, mein Name ist Andreas Maul. Ich bin seit 28 Jahren als Versicherungsmakler in Wuppertal-Kromberg tätig. Unsere Kunden fragten immer öfter nach nachhaltigen Produkten. Leider konnten wir hier bisher keine umfassende Lösung bieten. Mit den Grün Versichert Tarifen stehen uns jetzt jedoch im Bereich der Sachversicherung umfassende, leistungsstarke und nachhaltige Alternativen zur Verfügung. Wir setzen auch in Zukunft auf Grün Versichert. Liebe Kompanisten, helft uns dabei Grün Versichert weiter zu etablieren und die Versicherungsbranche ein Stück weit zu revolutionieren. Mit eurem Investment werden wir in erster Linie über gezieltes Marketing den Bekanntheitsgrad der Marke in den relevanten Kundengruppen und unter Versicherungsmaklern steigern. Darüber hinaus möchten wir unser Team vergrößern und mit Grün Versichert Tarifen noch in diesem Jahr in den österreichischen Markt eintreten. Seid dabei!